Wölfe-Stürmer Jakub Wietzki hat seinen Vertrag beim IHC Freiburg verlängert. Damit wird der 25-Jährige auch in der kommenden Oberligasaison für den IHC auf Torejagd gehen. Wietzki war im Sommer 2013 aus Kassel nach Freiburg gewechselt. In der abgelaufenen Saison schoss er 30 Tore und gab 43 Vorlagen. Schon vor wenigen Tagen hatten Nico Linsenmeier, Enrico Saccomani und Robert Pelaikis ihre Verträge beim IHC Freiburg verlängert.